Musik und Tanz verbindet. Die Erstaufnahmestelle des Landes ist, wo teilweise bis zu 1000 Menschen hier ankommen in Deutschland und dann verteilt werden in ganz Deutschland. Und ich will, dass sie sich nicht nur willkommen heißen, sondern dass sie wissen, dass sie wertgeschätzt sind. Okay, let's do some warm up! Letztendlich machen wir Breakdance, Beatbox, Rap und Graffiti Projekte, denn Musik und Tanz verbindet. Egal, ob du aus Afghanistan, Irak, Syrien oder aus Afrika kommst. Wir sind gerade hier bei einem Projekt von den Flamekeepers. Das Besondere daran ist, dass die Flüchtlinge sich volltrauen, und voll einfach aus sich rausgehen und gar keine Scheu haben, einfach neue Sachen auszuprobieren. Die lernen auch richtig schnell und es macht echt voll viel Spaß mit denen. Und ich hoffe natürlich, dass wir denen auch was Wertvolles mitgeben können. Dass jetzt nicht nur die Breakdance-Move sind oder die Beatbox-Sachen, sondern was tiefergehender ist. Wir bringen ihnen bei, wie man Breakdance macht, wie man Musik macht, wie man Beatbox macht. Und entwickeln ihre Talente und ihre Stärken und wollen dann zu den Schulen gehen, damit man nicht nur an den Nachrichten hört, wer die Flüchtlinge sind, sondern dass man sie sieht. Weil manchmal muss man die Menschen kennenlernen. Manchmal muss man direkt in die Augen sehen und zu ihnen reden. Und dann merkt man, hey, das sind eigentlich ganz coole Leute und keine armen Flüchtlinge. Wir machen Kunst. Wir machen Kunst. Wir machen Kunst.